Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und weiter geht's mit Titus Adventure und dem Event der zwölfste Geburtstag. So, dann schauen wir mal. Was haben wir hier? Da geht's rein. Moment, einmal wieder zurück. Ich wollte nämlich gerade erstmal gucken, haben wir hier noch irgendwo was? Geheimgänge? Nein, da kann man auch nicht durch. Da ist auch nichts. Den Koffer kann man auch nicht bewegen. Der Hauptschaffner ist da. Wir warten aber ein grünes Licht. Aber da ist der Strom. Ach, die gehen uniform. Cool. Da komme ich nachher durch. Okay, da kann man auch mal runter gehen. Da komme ich nicht hin. Da komme ich auch nicht hin. So. 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 Nimmst du nicht mehr dauerhaft. Nimmst du nicht mehr dauerhaft. dahin so dann gehen wir jetzt erst mal in den Chat zu du, nein, du bist zu weit, gehst dahin du, bleibst du wohl hier Moment, ich muss den mal darüber schieben so, dann kann man den wieder da hochziehen so, dann kann man den wieder da und weiter geht's Bahnhofsklo und dann kann man den Chat zu auf dem Chat zu Ja, ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Das ist ein Ach so, ich dachte gerade, warum lässt mich die Dinger verschieben? Das hat irgendeinen Grund, warum man die Dinger verschieben kann. Vielleicht ist es auch wirklich nur als Blockade gedacht. Das geht nicht, da wollen wir den so rum, okay. So. Ein schöner Tag, herzlichen Glückwunsch. Es ist dein Geburtstag, Zeit deinen Tag mit Kuchen und Erfrischungen zu genießen. Lass uns richtig feiern. Ja, jawohl. 1, 2, das wäre ein 1, den kann ich da hin tun, aber den kriege ich da nicht rüber. Moment, zack, den geht da hin, der geht da hoch, da komme ich nicht weiter, okay. Ich bekomme den da aber nicht runter. Ach, Moment, doch, klack, kriege ich den da runter. So, dann haben wir da zwei, einen da, aber da kriege ich den nicht hin. Den kriege ich da nicht hin. 1, 2, 3. Äh, nee, ich glaube nicht, der passt. Ja gut, ich lass den mal. Also, es könnte sein, dass ich den Schlüssel nachdenke, den hätte ich fast übersehen. Gut. Da komme ich auch nicht weiter, hier gibt es keine Geheimgänge, gut, da gibt es auch nichts Geheimes. Dann kann man jetzt wieder gehen. Gut. Ich werde das Tor öffnen, hier. So. Ähm. Da komme ich nicht rein, da brauche ich Schlüsse für, gerade gucken, ach so, der lässt mich da nicht hin, das ist so. Mal in die Zäh, zack. Tut mir leid, das Gebäude befindet sich im Bau, aber nimm das. Dankjewel. Ja. So. Dankjewel. Ja. So. Dann. Ähm. So. Dann. Ähm. So. Und den da rauf. So. Jetzt aber. Und den da hoch. So. 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 So.